Willkommen zu einem neuen Video. Heute im Test die ARS Phlox Fontana Fuente, wie es auf Spanisch heißt. Und die habe ich natürlich schon mal aufgemacht. Die ist noch richtig fest. Die ist schon locker. Und NEM haben wir hier 7,25 Gramm. Also fast maximal NEM. So sieht das Teil aus. Hinten mit Gips zugemacht. Und wir machen jetzt mal die lose. Also ohne der Verpackung. Richtig hoch. Schmetterlingsfontäne bzw. Bonsai ähnliche Fontäne. So und die zweite. Brinnt der Karton hier. Oh, wie glitscht er. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank.